Alter Scheiße, drei Skelette nebeneinander. Team Zückerknöle. Oh, zu einem neuen Video. Ähm, ja, wir spielen natürlich Alive. Was hättet ihr auch anders erwartet. Communication Error, du wirst mir da verarsen, oder? Ich mach mal schnelles X in die Konfi. Ich mach das, weil... Ich erst kein Ärger biefen will. Ärger biefen will, was auch immer. Ähm, und... Damit ihr sicher sein könnt, dass ich... in die Konfi geschrieben hab, dass ich aufnehme. Ich würde jetzt offiziell von keinem erwartet. Aber ich erwarte jetzt in diese Hülle zu gehen. Und hier ganz viel Zeugs abzubärmen. Die Stoppuhr hab ich jetzt schon gestellt. Ich hab jetzt, ähm, die Stoppuhr gesetzt, ab dem ich im Server bin. Ich weiß es nicht, wie wir das machen sollen. Und ich bau dort mit einer Spitzhacke ab. Läuft bei mir auf jeden Fall. Jetzt wird langsam Nacht. Bett haben wir ja nicht, oder sowas. Aber mich wundert's gerade, dass wir irgendwie keine Erfahrung bekommen. Na doch jetzt. Wir wollen jetzt nämlich erstmal in der Cave gehen. In die Hülle und so. Jetzt bist du wieder hell, Alter. Was ist denn das für ein... Wetter hier? Äh, schaufeln wir doch mal. So. Fackeln will ich auch mal in die Hand. Fackeln. Äh, da fackel ich nicht lange. Und setze eine Fackel hin. Und zwar genau. Wohin? Hier hin. Ja, okay. Das ist eigentlich unnötig. Jetzt suchen wir nach Flint. Die Flint. Und ja. Ich hab noch eine Idee bekommen. Alter, wie viel Flint hier ist. Und zwar, dass wir... Ja, machen wir erstmal die Truhe. Dann haben wir erstmal die ganzen Stuff. So. Tun wir mal Zeug rein. Netherstein. Pflasterstein. Kies brauch ich mal kurz. Blick da drauf. Dann können wir das nicht mehr öffnen. Das ist gut. So. Und dann können wir hier machen. Ah, den muss man so machen. So. Säger. Knödel. Nicht Knödel, sondern... Knödel, so. Ähm, ja. Hier. Äh, Crafting Bench. Werkbank. Aber hier zwei. Das ist wie doof. Aber egal. So, wir hier hin. Da machen wir jetzt... Einen Eimer. Wasser brauche ich dazu vielleicht noch. Holz haben wir genug. Brauche ich keins holen. Aber Wasser ist gut. Oh, noch Setzlinge. Ist hier noch irgendwas? Was ist das? Was ist das? Lehm. Kann ich für irgendwas Lehm gebrauchen? Eigentlich ja nicht. Ne, eigentlich ja nicht. Ist ja unnötig. Deswegen werfe ich das einfach ganz neu hier rein. Unnötige Kacke. Wo ist Lehm jetzt? Pilz. So ist Lehm? Da ist Lehm. Weg mit dir. Und jetzt hier noch zubauen. Dort. 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 Da geht's auch noch in eine Höhle. Da können wir das Flint auch mal gleich abnehmen. Äh, Hühnchen. Ich hab Hühnchen gehört. Das ist ein Hühnchen. Das ist eine Ente. LOL. Auf jeden Fall nehmen wir die Spitzhacke her. Weil unser Schwert ist uns zu schade. Es sind hier noch solche Viecher. Das wäre schon extrem nice. Ganz, ganz viel. Okay, das Kies müssen wir nicht mitnehmen. Wir machen es ja nur wegen dem Flint. den wir bekommen. Ist hier noch irgendwas Kiesiges? Oh. Hier ist was Entiges. Gibt es hier noch irgendwas? Oh. Jetzt sehe ich was noch. Erstens noch eine Ente. Also ein Hühnchen ist es ja. Und ein Oktopus hier. Ich hätte gedacht, das wäre was anderes. Nee. Erstmal dich. Es tut mir leid, du siehst nett aus. Aber ich brauche deine Federn. Ein... Was ist das? Ein Schwein? Alter. Mit dem Textrapack komme ich nicht ganz zurecht. Aber... Ist jetzt auch nicht so wild. Nein, nicht das. Ich will eigentlich... Die Steinachs. Kann ich mitnehmen. Ja. Medium nice. Ähm. Irgendwas ablegen, Digga. Ja, warum ist anders? Trinke ich jetzt einfach mal. Die Pilzsuppe tut es da hoch und kann es einsammeln. So einfach ist Minekraft. Lustige Smileys. Was sind das? Samen oder was? Okay. Warte, wie viele Enten das sind. Das ist schön. Das freut mich. Habe ich jetzt das? Nee, ich muss runtertauchen. Boah. Das ist ja Anstrengung pur. Okay. Dann nochmal... ...für euch beide. Komm schon. Ah, jetzt habe ich mich getroffen. So. Oh, ist das anstrengend. Ui, ui, ui. So. So. Oh, da ist die Wand. Da sehen wir die Wand schon. Oh, oh, oh. Ah, Pig. Ah, Pig. Du Pigman. Alter. Habe ich, habe ich, habe ich Fleisch? Habe ich das? Oder habe ich es eingesammelt überhaupt? Eigentlich ja nicht. Wieso liegt das jetzt da unten? Lol. Äh. So. Wo habe ich das jetzt hingeworfen? Das fleischige Fleisch. Das fleischige Fleisch. Ente. Du sollst jetzt nicht verstecken. Nice. Jetzt noch Pilzes holen. Äh, mit der Fackel am besten. Schau, das sind nirgends wo so ein Hexenhaus in der Nähe ist, weil das wird Beef geben. So. Wir pilzen hier alles ab. So, gibt es ja hier noch irgendetwas. Ah, die sind lauter Viecher. Wie nice. Ja, nicht weglaufen. Und dann nicht ins Wasser flüchten, Mann. Was ist da hinten? Nichts. Da ist ja gar nichts. Naja, gut. Dann würde ich sagen, gehe ich gleich wieder zurück. In the cave. Ähm, wo geht's denn hier noch lang? Alter, ich trifte schon wieder so voll ab. Alter, viele Bäume hier sind. Also Holz bitte euch hier nie ausgehen. Ist ja richtig nice. So viele Bäume. Schwein. Da vorne. Oh, ein Ei. Ach da. Wie viele Hühnchen da sind. Das ist krass. Deshalb pisst ihr jetzt nicht. Alter. Ziemlich einfach sehen und sich dran verpissen wollen. So. So, noch ein Schweini. Und noch ein Chicken oder so. Und da ist noch ein Schweini. Alter, das ist ja richtig nice. Der Chicken of Empire hier. Wo bist du jetzt? Warte, wie es läuft. Man kann es einfach. Ich will einmal schlagen, einmal töten. Ich will einmal schlagen, einmal töten. Oh ja, hat funktioniert. So. Alter, es ist richtig cool. Wir werden auch gleich sehen, wieso ich mich so freue, dass es Enten sind. Also halt Hühnchen. Ich sage immer Enten. Oh. Ist das hier nices? Ist das hier nices? Nice. Irgendwo hier ging es doch rein. Sag es bitte nicht, dass ich mich verlaufen habe. Das wäre sehr hart. Jetzt. Du, wo packe ich jetzt? Ja. Alter, was ist hier los? Krass. Hm. Wo ist das Wasser? Da hinten ist das Wasser. Da muss ich hier irgendwo in die Richtung. Mal einen auf Torzern machen. Wo muss ich denn jetzt hin? Nein, ich habe Schaden bekommen. Scheiße. Das wird mein Ende sein. Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Ja, geht doch. So. Dann machen wir erstmal, oiuiui. Das ganze Kiesel, die Diesel weg. Wir können sie auch schneller abbauen. Ihr könnt ja sicher den Druck mit der Fackel. Jedoch. Kommen wir dann keinen Flint. Und den brauchen wir vor allem. Sonst würden wir es hier nicht abbauen. Und wieso wir Flint brauchen, werdet ihr bald sehen. Wartet mal kurz. Ich glaube trotzdem, dass ich das einsammle. Einfach mal alles einsammle, weil das ja ein bisschen auffällig ist, wenn es dann da rumliegt. Okay, alles liegt da. Legen wir das Kiesel dann gleich hier rein. Das nehmen wir gleich mal raus. Und dann... Gibt's... Machen wir das jetzt? Geht's hier nicht weiter. Ja, nice. Ähm... Mal schauen, ob ein Monster in der Nähe ist. Gar kein Monster in der Nähe. Habe ich den Ton an? Musik, Ausgeräusche an, ja. Oh, ne Spinne ist da. Angreifen? Ja, doch. Hat's was getroppt? Nicht so wirklich. Ich springe mal ins Wasser. Oh, YOLO. Ich baume beim Schwert einen Block ab. Das ist ja auch natürlich so sinnvoll. Machen wir es so. Da sehen wir alle hin. Äh, genau so. Die Schaufel haben wir immer noch. Meine Schaufel hinüber, auch nice. So, und zwar... ...kommt jetzt unser Wasserblock zum Einsatz. Oder wollen wir erst eine unendliche Wasserquelle machen? Ich glaube, das ist fast sinnvoller. Wenn wir das jetzt noch schnell machen. Alter, Spinne und... ...noch eine Spinne. ...die, wie sie mich einfach gleich sieht. Und mich gleich angreift. Und mich fast besiegt. Total. Und so. Boah, jetzt sind da so viele Leute. Also, Viecher meine ich. Zombie auch noch. Ach, ja. Ah, die Spinne hat mich auch gesehen. Hallo. 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 Alter, ihr Ernst? Alter, Scheiße. Drei Skelette nebeneinander. Auch mit viel Fantasie glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Und der Part ist jetzt... Äh... ...muss es aus... Ich gehe noch ganz kurz hier runter, weil... Es war ja eigentlich eine Kampfsituation, kann man ja sagen, oder? Deswegen, seht ihr das anschauen, schließt euch sicker Freak. Ausloggen. So. Ausloggen. Ausloggen.